So, jetzt geht's. Guten Morgen. Bisschen spät heute hier. Drei Minuten nach halb neun ist es. Guten Morgen alle zusammen am heutigen Freitag. Die Woche, die ging so schnell rum. Erste Woche nach dem Urlaub für mich vergangen wie im Flug. Heute hier am Freitag sprechen wir natürlich wieder über aktuelle Handelsideen. Wir machen einen Ausblick auf die Nachrichten und hier und heute gibt es jetzt keinen großen edukativen Part an dieser Stelle, sondern wir machen eine große Chartanalyse über viele Indizes weltweit. Wir nehmen uns da mal richtig Zeit, um die aktuelle Lage zu analysieren, weil ab nächste Woche ist September und ab da geht ja sozusagen der letzte Ruck des Handelsjahres los. Und da schauen wir mal, wie wir uns hier einstellen können. Ludger, danke für die Grüße. Auch dir einen schönen guten Morgen und auch für alle anderen, die hier live zuschauen. Wenn Sie mögen, ich lade Sie wie immer ein. Ich werde da nicht müde, das an dieser Stelle auch zu betonen. Wenn Sie mögen, Ihren Wunschschart besprechen zu lassen, dann können Sie ruhig hier live im Chat das Ganze entsprechend posten. Und ich schaue dann auch sehr, sehr gerne auf Ihren Wunschmarkt rein. Sascha, schönen guten Morgen. So, ich würde sagen, wir starten dann natürlich mit dem Risikohinweis, der ist natürlich obligatorisch an der Stelle. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Warum ist das so? Na klar, der Handel an den Börsen ist mit Risiken behaftet, wie alle anderen Handelsgeschäfte auf dieser Welt auch. Und aus diesem Grund immer obligatorisch den Risikohinweis. Nun, die Themen für das heutige Webinar. Diejenigen von Ihnen, die jede Woche Freitag hier auch zuschauen, werden das auch schon kennen. Wir schauen natürlich auf die heutigen Handelsideen. Da habe ich vorbereitet für diejenigen, die den Blog schon gelesen haben. Die wissen es. Alle anderen, wir sprechen jetzt über US-Dollar, dänische Krone. Wir sprechen Schweizer Franken, japanischen Yen und Euro, US-Dollar einmal in den Charts an. Und schauen, was es da an interessanten Dingen aktuell für den ein oder anderen Trade zu sehen gibt. Dann schauen wir auf den Wochenausblick mit den Nachrichten. Das heißt, was kann nächste Woche die Märkte bewegen. Und dann gehen wir hier rein in die großen Indizes. Machen hier den Chart-Check ganz in Ruhe. Nehmen wir uns heute wirklich mal Zeit, um diese Dinge hier auch live miteinander zu besprechen. So, dann starten wir im nächsten Punkt, oder wir machen im nächsten Punkt weiter. Gestartet haben wir ja schon mit den Tagesnachrichten. Was heute um 8 Uhr in Deutschland schon kam, das waren die Einzelhandelsumsätze für den Monat Juli. Die waren leicht rückläufig, wenn ich das richtig gesehen habe. Da war es ein Rückgang von minus 0,4%. Ja, ich habe nicht wirklich eine Ahnung, ob das den Markt jetzt irgendwie negativ beeinflusst. Werden wir sehen, wenn er hier reinkommt in knapp einer halben Stunde, was wir hier draus machen. Auf alle Fälle, ja, die Daten sind jetzt raus. Was kommt noch an dieser Stelle? Wir sehen es hier. Um 11 Uhr haben wir den Verbraucherpreisindex über das Jahr, beziehungsweise für den August. Prognose sind 2,1. Schauen wir mal, was sich an der Preisfront hier an dieser Stelle tut. Dazu gibt es auch immer noch die Information zum Verbraucherpreisindex, der Kernrate. Hier wird erwartet ein Plus von 1,1%. Was gibt es dann? Hier noch um 11 Uhr gibt es für die Eurozone die Arbeitslosenquote für den Monat Juli. Auch immer sehr, sehr wichtig. Ah, ich sehe gerade hier, der Mario ist auch wieder mit an Bord. Schönen guten Morgen, Mario. Also, um 11 Uhr gibt es die Arbeitslosenquote. Am Nachmittag geht es dann in den USA mit ein paar Nachrichten weiter. Um 15.45 Uhr, kurz nach Handelseröffnung, gibt es den Chicago-Einkaufsmanagerindex. Auch sehr, sehr wichtig für die US-Wirtschaft. Dann gibt es von der Uni Michigan um 16 Uhr die Konsumentenerwartungen und das Verbrauchervertrauen hier in den USA. Was gibt es am Abend, wie jede Woche Freitag, gibt es hier für die COT-Jümer, die die Nachrichten dort auch anschauen. Die CFTC-Informationen, das heißt spekulative Nettopositionen für Ögold, S&P 500 Euro. Was es dort im Future-Bereich auch alles zu handeln gibt. All diese Nachrichten, wie jede Woche Freitagabend hier zum, ja, fast Handelsschluss, sage ich mal, 22 Uhr ist der Handelsschluss, also eine halbe Stunde vor Handelsschluss, werden die Informationen dann entsprechend auch rausgegeben. Das mal so für die Vorbereitung des heutigen Handelstag, damit wir wissen, wann was an Nachrichten kommt. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal direkt in die Charts hinein. Ich öffne wie immer den Metatrader 4 hier an dieser Stelle. An diesem Punkt, wo wir gerade beim Metatrader 4 sind, wo ich das erwähne, es gibt hier bei Tickmill auch noch weitere Handelsplattformen. Ja, im Moment gibt es ja den Stereo-Trader, der hier benutzt wird. Da gibt es ja auch schon das ein oder andere Webinar dazu bei Tickmill. Und ich werde zusehen, dass ich in nächster Zeit auch ab und an mal mit dem Stereo-Trader hier die Chart-Analyse mache, damit wir hier auch bestimmte Dinge mal in einer anderen Handelssoftware ankommen. Die Charts sehen gleich aus, da ändert sich ja nichts dran. Deswegen versuche ich dann auch ab und zu mal ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen und mit der Zweitsoftware hier, dem Stereo-Trader, auch direkt mitzuarbeiten. Da muss ich mich nur noch ein kleines bisschen einarbeiten. Ich denke mal, im September werden wir damit starten und dann geht das hier Stück für Stück immer mal im Wechsel hin und her. Okay, damit gerne hier zum ersten Chart. Was habe ich offen? US-Dollar, Dänische Krone im Tageschart. Ich mache mal hier, räume mal ein bisschen auf. Wir haben hier einen konsistenten Trend, der unten angefangen hat. Hier, erste Bewegung kam hier hoch. Um Schub nach oben gab es Bewegungskorrektur und danach gab es den großen Schub. Das heißt, wir haben hier den Markt an dieser Stelle hier oben im April, hatten wir die Trendentstehung hier an dieser Stelle. Hier, schauen Sie, das war der April. Mitte April, ja doch, Ende April ist dieser große Trend entstanden und dieser Trend besteht auch aus Untertrends. Und diese Untertrends können uns halt gut zum Trading entsprechend auch einladen und sagen, gut, wann können wir was machen. Was haben wir jetzt hier aktuell? Wir sehen, die letzte Bewegung steht auch deutlich tief in der Korrektur. Und wir hatten jetzt innerhalb dieser Korrektur bereits zwei Umkehrsignale am Markt gesehen. Wir hatten zum einen dieses Umkehrsignal hier, wann war das gewesen? Am 23.08. Da gab es mal das erste Umkehrsignal, wo der Markt uns angezeigt hat, hier könnte es eventuell dazu kommen, dass wir hier eine Umkehr der Nachfrage sehen. Aber Sie sehen selbst, das Signal ist nicht wirklich getriggert worden. Von der Seite her ging die Korrektur einfach nur weiter. Die Korrektur hat auch noch Luft bis nach unten. Wir haben hier zwei Unterstützungen. Einmal den Unterstützungsbereich um die Marke von 6,34065. Dieser Bereich, den ich grün gekennzeichnet habe, der oberste Bereich. Und dann hier unten das aktuelle Trend tief um die Marke von 6,29628. Das ist mal dieser Punkt hier an dieser Stelle. Und da gab es gestern wieder so eine Situation mit dem Signal, dass der Markt hier oben möchte. Er hat gestern sogar das Tageshoch vom Vortag überschritten. Eine schöne grüne Umkehrkerze. Hier kommt es jetzt darauf an, schafft es der Markt wirklich das Reversal hinzulegen? Das heißt, sehen wir hier steigende Kurse. Wenn dem so ist, dann geht es natürlich erst einmal über das Tageshoch von gestern. Über die zwei Vortageshochs hier. Die 6,43293 und die 6,46665 an dieser Stelle. Das wären so die ersten Anlaufpunkte. In der großen Planung, wenn dieser Trend sich tatsächlich fortsetzt, steht natürlich an oberster Stelle hier dieser Bereich oben. Das aktuelle Trend hoch bei 6,59833 hier im Raum. Das heißt, wir haben hier ein paar Zwischenstationen, wir haben hier auch Tageshochs liegen, die ja gerne immer mal abgeholt werden. Bis dahin ist es zwar noch ein Stückchen Weg, aber warum nicht das Szenario, wenn es sich jetzt bietet, das kann man auf alle Fälle nutzen. Wir schauen uns das Ganze hier an dieser Stelle wie immer auch mal im Stundentrend an. Und da sehen wir halt das, was ich meine. So, wo wir sehen können, wie schön diese Umkehrformationen sich bilden. Schauen Sie sich das Ganze mal an. Ich zoome das mal kurz etwas kleiner, dass wir mehr an Historie sehen. Hier haben wir den letzten Schub des Abwärtstrends. Der ist ja schön nach unten gelaufen. Und dann hier, Sie sehen es selbst, wir haben hier einen Trend, der sich entsprechend gebildet hat, von unten angelaufen. Hier läuft er schön hoch. Jetzt ist er entsprechend gebildet. Gestern ist er auch gebildet worden. Das hat zur Umkehrformationen hier im Tagesschart geführt. Und jetzt sind wir hier einfach mal in der Korrektur. Und wenn sich das Ganze dann hier entsprechend fortsetzt, also diese Korrektur von unten raus nach oben umdreht, dann haben wir die Situation, dass das ganze Signal bestätigt wird. Und diese Bestätigung an sich, die brauchen wir dann, um die Punkte nach oben abzulaufen. Und da sehen Sie halt schön auch die Korrekturhochs hier in diesem Markt, wie er gelaufen ist. Da sind schöne Anlaufpunkte. Und die können wir sehr gut dazu nutzen, um die Frage zu klären, wenn wir long sind, wer kauft denn nach uns. Und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt hier in Trading, dass wir auch ein paar Erwartungen haben. So, jetzt lösche ich mal eben kurz die Linien raus, damit der Tagesschat auch schön sauber entsprechend bleibt. Also das heißt hier, die Handelsidee ist hier ganz klar eine erfolgende Umkehr des Ganzen. Das kann man dann wirklich auch sehr, sehr schön nach oben traden. Und Sie wissen das wie immer auch gerne auch in den kleineren Zeitanheiten. Das heißt, wenn wir hier beispielsweise nochmal einen Blick für die kurzfristigen Trader in den Stundenchart auch werfen, das ist mal der Trendverlauf jetzt nach unten. Hier ist der Aufwärtstrend. Die Abwärtstrend gibt sich auch innerhalb eines Trendes an sich auch mit da. Das heißt, hier haben wir jetzt untergeordnet einen Abwärtstrend am Laufen. Und wenn dieser dann entsprechend rumdreht, dann wäre es die erste Situation, dass wir hier aus dem Trendverlauf der Stunde nach oben schieben könnten. Und das kann man hier beispielsweise auch im 5-Minuten-Shot sehr, sehr schön sehen. Sie sehen jetzt gerade hier entsprechend diesen Abwärtstrend. Und wenn dieser Abwärtstrend entsprechend gebrochen wird, dann handeln wir halt mit in einem gebrochenen Abwärtstrend der Stunde. Das heißt, die Stunde läuft dann auch wieder nach oben. Und da kann man sehr, sehr früh schon reingehen. Man darf da nichts überspringen, das ist ganz klar. Aber zum Timing können wir das Ganze sehr, sehr gut nutzen. Guten Morgen, Elena. Schön, dich auch heute hier wieder live im Chat und im Chat begrüßen zu dürfen. Also im Webinar natürlich nicht im Chat. Wir machen mit dir noch oder über dich noch keine Chart-Analyse. Gut. Also damit raus aus dem 5-Minuten-Shot, dem Stunden-Shot, wieder zurück zum Tages-Shot und damit in die nächste Währung hinein. Und zwar den Schweizer Franken, japanischen Yen. Auch das wie immer schön im Tages-Shot. Ich muss es nur mal reinholen. Schweizer Franken, japanischer Yen. Hier haben wir ihn. Interessante, interessante Geschichte, die wir hier haben. Sie sehen selbst, wo ich die Projektionen hingelegt habe. Das heißt für mich ganz klar hier, die Oberseite ist hochinteressant. Warum ist sie so hochinteressant? Wir haben hier in der Währung einen sehr, sehr schönen Schub nach oben auch gesehen. Also das hat wirklich Spaß gemacht, das Ganze auch zu beobachten. Es ist halt immer wichtig, wir hatten das ja bei einer anderen Währung diese Woche auch schon mal besprochen, wo der japanische Yen mit in der Kreuzung drinnen stand sozusagen. Ich glaube, das war Euro-japanischer Yen, wo wir eine Analyse gemacht haben. Da war die Situation eine ähnliche gewesen, wo man einfach gesagt hat, okay, hier gab es so eine große Fahnenstange nach oben. Das ist eine sehr, sehr starke Dynamik auch gewesen. Danach kommt es natürlich darauf an, was hier an dieser Stelle passiert. Wir haben jetzt hier im Schweizer Franken, japanischen Yen allerdings ein ganz klein wenig anderes Bild in diesem Bereich. Warum haben wir ein bisschen anderes Bild beim Euro-Schweizer Franken? Ich klicke mal ganz kurz rüber, aber nur ganz kurz. Ich will hier keine Verwirrung stiften. Das war glaube ich Euro-japanischer Yen. Wir hatten hier diesen massiven Move im Euro-japanischen Yen gehabt. Da habe ich auch eine Frage dazu bekommen. Und Sie sehen aber selbst, was hier ist. Dieser Move, der kam innerhalb eines eher abwärtsgerichteten Marktes zustande. Gut, man kann auch sagen, gut, hier gab es noch eine kleine Korrektur mit einem starken Schub nach unten. Dieser Abwärtstrand ist jetzt erst mal gebrochen. Also dieser hier, der unten, der ist jetzt rausgenommen worden. Das heißt, der Unterschied ist aber der, dass wir hier nur eine starke Bewegung hatten und noch keinen Trend. Das heißt, da ist die ganze Verortung, die Situation ein bisschen anders zu bewerkstelligen anzustellen. Das heißt, wenn wir das ganze Bild uns jetzt mal im Schweizer Franken, japanischen Yen nochmal anschauen, dann sehen wir halt, wir haben hier einen Aufwärtstrend, wo das Ganze ein Bestandteil innerhalb dieses Trends ist. Das heißt, wir haben hier eine Bewegung gehabt in einem Trend. Und deswegen bin ich hier ein bisschen positiver gestimmt, was die Aufwärtsbewegung angeht, weil wir hier schon innerhalb eines Trends agieren. Und Trends, Sie wissen es, ich sage es immer wieder, die setzen sich eher fort, als dass sie zusammenrechnen. Das heißt, wir haben hier doch schon eher eine Chance, das Ganze nach oben noch mitzulaufen. Und diesen Bereich hier oben, wo ich diese große Linie eingezeichnet habe, hier diese hoch zumindest in diese Richtung noch mitzulaufen. Ob wir drüber wuppen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber für das kurzfristige Trading oder auch mittelfristige Swings haben wir hier schon ein paar Anlaufpunkte, die im Markt vor uns liegen, wo wir einfach ein paar Hochs auch mitnehmen können. Und was wir hier jetzt sehen, ist auch in meinen Augen etwas relativ Gesundes. Das heißt, wir sind hier in diesen Bereich, in diesen Widerstandsbereich oben reingelaufen, um die 114,950 hier in diesem Bereich. Was war das für ein Widerstandsbereich? Sie sehen es halt selbst. Der Markt hatte hier mal ein Korrektortief innerhalb dieses Aufwärtstrends. Und hier an dieser Stelle ist er halt dann drunter gerutscht. Und deswegen ist das jetzt ein Widerstandsbereich. Und in diesem Widerstandsbereich ist der Markt reingelaufen. Hat auch ganz klassisch, das ist ein Verhalten, das wir relativ häufig nach solchen weiten Bewegungen sehen, nochmal in hochgeschrieben und wurde dann abverkauft. Und das ist jetzt so die Situation, wo eine gesunde Korrektur einsetzen kann. Und jetzt kommt es halt darauf an, was der Markt hier macht. Wenn es ein extrem starker Markt ist, kann es auch sein, dass wir gestern die Korrektur gesehen haben und der Markt heute einfach wieder mit nach oben läuft. Auf alle Fälle, wenn wir uns die Korrektur mal anschauen, wir haben hier ein paar Absicherungspunkte vor uns. Zum einen hier unten in diesem Bereich um die Marke von 1,13,848 und danach nochmal hier diesen markierten Bereich bei 1,13,189. Das sind mal so Dinge als erste Anlaufpunkte hier unten. Das war dieser Ausbruchsbereich. Da setzt der Markt ganz gerne auch mal drauf zurück. Das wären so Supports, die ich jetzt hier im Chart auf alle Fälle mal sehe und dann aus der Korrektur heraus nach oben wieder durchzustarten. Das heißt, an dieser Stelle, man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Diese Kerze hier ist momentan bestätigt worden, aber wir sehen schon wieder den Aufwärtsschub nach oben. Wir gucken uns das Ganze gerne auch mal in der Zeiteinheit hier der Stunde an. Die ist ja direkt untergeordnet. Und da sehen wir halt auch, dass dieser Trend hier, dieser massive Schub nach oben, hier oben, schauen Sie mal, da war noch so ein Rutsch und da ist das Ganze jetzt gebrochen worden. Jetzt ist halt die Tatsache so gegeben, dass wir halt sagen, okay, was ist denn hier passiert? Wir haben jetzt eine Bewegung gehabt, die ist jetzt in ihrer Korrektur. Das heißt, wir sind so ein kleines bisschen noch im Niemandsland. Das heißt, entweder der Markt schiebt hier einfach nach oben. Einen Trend untergeordnet gibt es jetzt noch nicht. Das ist jetzt alles die Korrektur, die wir hier sehen auf Tagesbasis. Also dieser starken Vorbewegung. Hier dieser kleine Trend ist erst einmal gebrochen. Es gibt jetzt quasi noch keinen neuen Trend. Gut, im ganz Kleinen kann man natürlich schon das ganze Thema Trend mit sehen. Die fünf Minuten, die sind hier aufwärtsgerichtet. Das sieht man, aber das gröbere Bild sage ich halt hier an dieser Stelle. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir jetzt einfach wieder durchstarten nach oben oder ob dann doch noch ein Stück weit Korrektur kommt. Da muss man einfach mal abwarten, was hier passiert. Aber im Sinne der Handelsidee nach oben gerichtet, spielt das eigentlich alles überhaupt keine Rolle. Wenn man dieses ganze Szenario nach oben spielt, sobald der Markt wieder nach oben rumtritt, wird es halt einfach irgendwann opportun, dass da hier oben drüber läuft, wenn die Stärke auch erhalten bleibt. Und da haben wir diese Anlaufpunkte hier oben zwischen 115, 4, 3, 6 und 117, 2, 3, 9. Das erste Mal da. Sie sehen hier den Fächer, den ich gezeichnet habe. Das sind mal die Punkte, die ich hier oben auf der Seite oben raus ein bisschen sehe, um hier das Potenzial nach oben etwas auszuloten. Das sind mal so die Punkte, die ich hier in diesem Chart entsprechend auch für mich als interessant sehe. Und deswegen habe ich hier gesagt, ich teile Ihnen das einfach mal mit, weil da lässt sich doch das ein oder andere auch mit abholen. Und damit gehen wir hier in den Chart vom Euro-US-Dollar rein auf Tagesbasis. Übrigens auch, wer einen Wunsch hat vom Chart her, Sie wissen es, ich lade Sie nochmal ein. Einfach hier an dieser Stelle posten im Chat. So, Euro-US-Dollar. Hier ist er. Der Tagesschart abwärts gerichtet. Ganz klar an dieser großen Situation, an diesem großen Bild hier im Euro-US-Dollar hat sich nicht wirklich was geändert. Wir hatten ja vor meinem Urlaub drauf gesprochen oder drüber gesprochen, wie hier die ansprechende aktuelle Lage ist. Wir haben dann auch im August diesen Schub nach unten gesehen auf die Marke von unter 1,14. Was haben wir hier unten gehabt? Was war das Tief hier? 1,13, 0,1, 1 hatten wir das Tief gehabt. Also innerhalb dieses Schubs nach oben bzw. nach unten, diesen vorherrschenden Abwärtstrend, gab es diese Aufwärtsbewegung nach diesem großen Abwärtsschub. Und jetzt stehen wir hier, wo wir stehen. Ich zoome das mal ganz kurz etwas größer, dass wir mal ein bisschen mehr Chart ansprechend sehen. Was ist hier wichtiger Punkt? Der wichtige Punkt, die wichtige Marke ist hier die Marke von ungefähr 1,17, 4, 1,3. Da sehen Sie, ist der Markt immer mal reingepingt hier oben, um dann wieder nach unten abzuprallen. Also nach unten schön das Ganze hier zu schieben. Und da haben wir jetzt nach dieser langen Korrektur, Sie sehen es hier auch, wieder diesen Bereich, diese Marke von 1,17, 4 erreicht. Und hier will der Markt nicht so richtig oben drüber hinaus. Und gestern, Sie sehen es die Woche hier, sind wir reingepiekst, dann so ein bisschen Inside-Bar-Zeugs hin und her gezappelt. Und gestern ist der Markt dann mal doch etwas sichtlich deutlicher gefallen. Wir haben jetzt hier die erste rote Kerze an diesem Bereich hier oben. Und das ist so ein bisschen für mich das Signal, der Markt wird hier oben wieder unsicher, will da oben nicht so drüber raus. Wir hatten ja dieses Widerstandsbereich schon häufig getestet, der ist halt da. Und wenn das Ganze dann nach unten rumdreht, dann haben wir die Anlaufpunkte. Erst einmal auf alle Fälle das Tagestief von gestern hier. Und dann haben wir noch ein paar Tagestiefs hier aus diesem Bereich heraus nach unten laufen. Das heißt, wenn wir rumdrehen, haben wir kurzfristig das Ganze hier liegen. Mittelfristig besteht dann natürlich auch die Chance, hier unten auf die 1,13, 0,11 mit reinzulaufen. Was der Markt jetzt hier in puncto Zinserhöhungen in den USA, Zinsfortschritte in Europa mit eingepreist hat, ich kann Ihnen das nicht so genau sagen. Das ist, der Markt macht sowieso, was er will. Man sieht halt nur, wenn er was einpreist oder auspreist, dass es halt Bewegung nach oben oder nach unten gibt, wie auch immer. Nur was jetzt hier ein- und ausgepreist ist, ich habe keine Ahnung, das wäre eine reine Mutmaßung. Ich schaue da lieber auf den Chart und wir sehen halt momentan eher wieder so ein bisschen die Dynamik nach unten. Der Markt kann natürlich auch noch ein bisschen weiter nach oben laufen, wenn wir hier mal das Ganze sehen. Wir hatten ja hier oben in diesem Bereich hier bei 1,18, 0,5, 0,3 hatten wir hier das Korrekturhoch. Wir hatten ja hier die Korrektur dieses Abwärtsschubs. Dann hatten wir hier wieder die Bewegung, die bis nach unten lief. Und jetzt stehen wir halt hier im ersten Widerstand. Es ist halt auch ohne... Oh, entschuldigen Sie, das war sächsisch. Es ist halt auch hier ohne weiteres möglich, in diesen Bereich hier oben noch reinzulaufen, wird man sehen. Aber das Bild zeigt momentan halt eher die umgekehrte Richtung nach unten hin. Das heißt, wir sehen das auch in der Stunde schon. Die Stunde ist jetzt hier definitiv wieder abwärts gerichtet. Wir haben den Aufwärtstrend hier drüben gebrochen. Der Markt wurde hier rausgenommen oder ist hier rausgenommen und hat jetzt hier an dieser Stelle den Markt nach unten entsprechend hier getriggert. Ich mache mal kurz die Linie noch etwas anders, dass Sie die besser sehen können hier. Das heißt, hier an dieser Stelle ist es nach unten gelaufen. Danach gab es die Korrektur. Dann hatten wir hier für all diejenigen, die das Ganze schon kennen, die Trendentstehung. Jetzt haben wir hier eine Korrektur in diesem Bereich. Und wenn das ganze Ding auch wieder rumdreht, dann haben wir die Fortsetzung hier dieses abwärtsgerichteten Stundentrends. Und das wäre dann die Bestätigung des Signals von gestern hier an dieser Stelle. Also das mal für die Währung Euro, US-Dollar in diesem Bereich. Ist ja auch für die Wirtschaft sehr, sehr wichtig hier in Europa. Das heißt hier, klasse gemacht, der Markt. Elena, du bist lustig. Webinar auf Sächsisch fände ich auch sehr lustig. Nicht klar, das können wir machen, aber ich weiß nicht, ob da so viele Zuschauer zuhören können, meine Elena. Also ich glaube, wir belassen es mal besser auf Hochdeutsch. Englisch können wir auch mal machen für englische Zuschauer. Inwiefern das Sächsisch ist. Es ist mal ein Gag wert, glaube ich. Aber ich sage an dieser Stelle, besser glaube ich, auf Deutsch hier ansprechend zu bleiben. Gut, also damit hätten wir das Währungspaar Euro, US-Dollar mal in der Stunde besprochen. Für all diejenigen, die das Ganze im kleinen Bild auch anschauen wollen, wenn wir hier zum Beispiel in der Stunde einen Umkehr bekommen. Wir haben ja jetzt in der Stunde auch sehr schön einen Abwärtstrend, der jetzt auch gut korrigiert ist. Wir messen das mal ganz kurz aus, hier an dieser Stelle diese Bewegung mal zu nehmen. Sie sehen, wir sind jetzt mittlerweile hier in dem Bereich von 50% Korrektortiefe auch mitgekommen. Aber der Markt läuft jetzt hier noch nicht richtig runter. Aber wir sehen hier schon an dieser Stelle, so ein bisschen überlegen die Markteinnehmer. Und wer das Ganze hier im Stundentrend etwas timen möchte, der kann auch sagen, okay, wir schauen jetzt hier an dieser Stelle einfach mal in den Stundentrend herein und warten hier einfach mal, bis die 5 Minuten beispielsweise rumdrehen. Das heißt, bis wir in den 5 Minuten einen schönen Abwärtstrend haben. Wir haben jetzt hier in den 5 Minuten schon einen Abwärtstrend. Und hier haben wir jetzt aber die Situation, was heißt aber, ich will nicht so oft mit diesem Wort sprechen. Nur es ist halt so, wir haben jetzt hier einen sehr, sehr langen Schub nach oben gehabt. Das heißt, wenn wir uns diesen 5 Minuten Trend hier an dieser Stelle mal anschauen, das sage ich immer, bitte erst mal nicht verwirren lassen, wenn wir hier einen Abwärtstrend sehen, wenn wir so starke Schübe nach oben gehabt haben, dann ist es auch ohne weiteres möglich, dass wir hier an dieser Stelle einen Abwärtstrend in den 5 Minuten sehen, der allerdings Bestandteil, und jetzt kommt es, des Aufwärtstrends der 5 Minuten ist. Schauen Sie hier, haben wir den Markt nach oben laufen. Wir haben hier einen schönen Aufwärtstrend, der hat ja über eine halbe Ewigkeit, über die gesamte Nacht hinweg in diesem Bereich hier hin und her korrigiert. Und jetzt ist er halt nach oben mit einem Schub rausgekommen. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist lediglich, lediglich die Korrektur dieses 5 Minuten Trends. Das heißt, hier würde ich persönlich jetzt mit meinem Geld noch nicht reinspringen und versuchen, den Abwärtstrend der Stunde zu handeln, weil das Bild halt für mich noch nicht klar ist. Das hat sich halt für mich persönlich so in meinem Handelsstil ergeben, dass ich bei solchen Dingen weiß, ich muss da ein bisschen aufpassen. Wenn Sie das gut umsetzen können, wenn Sie sich sagen, okay, Sie nehmen jetzt diesen kleinen hier und skalpen ein bisschen rum, alles überhaupt kein Problem. Ich habe halt, das ist meine eigene Erfahrung im Handel, halt gesagt, okay, bei solchen Dingen muss ich einfach ein bisschen aufpassen. Ich warte lieber ab, bis dieser Trend dann wirklich eindeutig wieder rumdreht. Und das wäre dann halt der Fall, wenn wir unter dieses Tief, dieser Kerze hier unten laufen würden. Also hier in diesem Markt, hier hätten wir hier ungefähr, hier so haben wir das Tief. Und wenn wir uns das mal in den 5 Minuten entsprechend anschauen, da will ich drunter. Das heißt, Sie sehen schon, der 5-Minuten-Trend, der sollte auf alle Fälle gebrochen sein, dieser Große hier, um dann entsprechend die Umkehr in der Stunde auch zu traden. Also das hier zum Markt im Euro-US-Dollar. Gut, dann wollen wir mal in die nächste Runde hier gehen, in der Besprechung des heutigen Tages. Und zwar die Nachrichten für die nächste Woche. Ganz, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, am Montag ist in den USA Feiertag. Ja, warum ist das so wichtig? In den USA wird halt sehr, sehr viel getradet. USA gibt die Richtung vor. Und wenn die USA einfach zuhaben, dann ist manchmal, manchmal total die Langeweile an der Börse. Das heißt, das sollte man so ein bisschen in seinem Handel auch mit betrachten, dass einfach deutlich Handelsvolumen an diesem Tag hier fehlt. Möglicherweise fängt das auch schon heute an, dass viele im Verlänger das Wochenende machen. Das weiß man noch nicht. Aber hier, das Thema Feiertag ist auf alle Fälle da. Wenn Sie solche Sachen für Ihr Trading auch brauchen, das Ganze auch suchen, hier auch von meiner Seite her mal noch ein kleiner Tipp. Wenn Sie beispielsweise hier auf die Website von investing.com gehen, da finden Sie bei den Nachrichten den Wirtschaftskalender. Das hatte ich ja schon auch hin und wieder gesagt. Für diejenigen, die sich die Website auch angucken, wir haben ja viele Gäste, die mittlerweile auch über die investing.com meine morgendlichen Analysen lesen. Schauen Sie, hier haben wir beispielsweise die Handelsideen für den 31. August auch bei Investing auf die Seite gestellt. Die Leser hier auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen. Die Zuschauer, die wir hier regelmäßig auch gerne im Nachgang haben. Wenn Sie hier bei den Nachrichten auf den Wirtschaftskalender klicken, da können Sie sich nicht nur die aktuellen Tagesnachrichten anschauen, auch für Ihre Märkte. Das heißt, hier in den Filtern können Sie sich ja entsprechend einstellen, für welche Märkte Sie die Nachrichten geliefert bekommen wollen. Und Sie können auch einstellen, mit welcher Wichtigkeit Sie die Nachrichten angezeigt bekommen wollen. Und da haben Sie sozusagen auch hier die Feiertage für die Märkte, die Sie haben. Und wenn wir einfach mal schauen, was haben wir denn nächste Woche an Feiertagen, dann sehen wir halt, dass Kanada am Montag geschlossen ist und dass die USA am Montag geschlossen ist. Mal von wichtigen Börsen, wo wir auch Währungshandel betreiben können. Das heißt, hier an dieser Stelle muss man halt auch wissen, dass in Cannes-Dollar und im Euro bzw. in US-Dollar die ganzen Geschichten weniger Volumen haben, weil die entsprechenden Hauptmärkte hier fehlen, weil sie einfach Feiertage haben. Und das mal hier als kleine Information. Nutzen Sie das ruhig, das hilft Ihnen bei der Handelsvorbereitung auf alle Fälle. So, jetzt zur Planung für die nächsten Woche. Also auch wenn am Montag in den USA Feiertag ist, wir bekommen trotz alledem ein paar Nachrichten hier. In Deutschland bekommen wir den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Am Dienstag geht es dann mit Nachrichten aus den USA weiter. Um 16 Uhr gibt es den ISM-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, also das Pendant zu dem, was wir am Montag in Deutschland hier sehen. Am Donnerstag geht es dann weiter mit dem Thema Arbeitslosigkeit. Das heißt, da gibt es den ADP-Beschäftigungs-Index, den ISM-Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen. Und um 17 Uhr am Mittwoch gibt es die Rohöl-Lagerbestände für die kommende Woche oder für die aktuelle Woche und am Freitag dann die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft und die Arbeitslosenquote der USA. Also Sie sehen, die nächste Woche, die zweite Wochenhälfte besteht so ein bisschen auch um das Thema Arbeitsmarkt in den USA. Ist ja sehr, sehr wichtig. Wir haben in den USA einen sehr stabilen Arbeitsmarkt. Wir haben in den USA die Situation, dass die Löhne langsam auch wieder ansteigen. Also hier sind es wichtige Dinge, die wir hier an dieser Stelle nächste Woche bekommen, die definitiv auch einen Impact auf die Märkte haben können. Also jetzt muss ich mal ganz kurz zum Wasserglas greifen. Sonst wird der Hals trocken. Und mit dieser Vorplanung gehen wir dann direkt in den zweiten Teil unserer heutigen Besprechung hier rein. Und zwar gehen wir hier in die umfassende Chart-Analyse mal rein, wo wir uns jetzt mal die großen Indizes auch anschauen. Das heißt, wir schauen jetzt mal auf den DAX. Wir schauen auf die US-Indizes. Wir gucken uns auch mal das Öl an. Mal schauen, was wir hier in dieser Stelle auch an Charts auf die Reihe bringen. Wenn Sie auch Fragen dazu haben, dann sehr, sehr gerne hier direkt auch rein. Ich würde sagen, hier klicke ich gleich mal wieder durch an dieser Stelle. Der Risikohinweis, den hatten wir vorhin schon gesprochen. Hier ist jetzt der Chart wieder da, der Metatrader an dieser Stelle. Den Euro-US-Dollar, den hatten wir ja besprochen. Das heißt hier an diesem Punkt mal so ein bisschen zu den großen Indizes. Schauen wir hier einfach mal. Wir fangen mal an mit dem US-Markt an dieser Stelle. Und wo wir hier beim US-Markt sind, warten Sie, hier muss ich mal ganz kurz ein bisschen aufräumen. Oder anders, ich mache das anders. Ich nehme einfach mal einen neuen Chart. Neues Chart-Fenster. Und da muss ich hier nicht aufräumen, weil das Thema ist definitiv sauber. Ich lade nur mal hier meine Chart-Einstellung wieder rein. Also Sie sehen, wenn Sie sich so eine Chart-Einstellung einmal gespeichert haben, können Sie relativ schnell hier reinklicken. Und dann haben Sie hier auch alles wieder vorhanden, was Sie entsprechend hier am Markt sehen wollen. Oder was Sie im Chart-Fenster sehen wollen, wenn es mal verstellt wurde. Also zu den US-Markten mal so ein bisschen. Wenn wir uns hier mal die große Chart-Analyse auch anschauen, dann möchte ich an dieser Stelle mir einfach mal die Freiheit nehmen und ein paar auch meiner Gedanken an dieser Stelle neben den klassischen technischen Analysen mal mit loswerden. Ich habe ja jetzt im August ein bisschen Urlaub gehabt. Da war eine Zeit lang keine Börse. Das ist schön. Da kann der Freigeist auch mal ein bisschen arbeiten. Und da ist mir aufgefallen, dass ich bei meiner Handelsvorbereitung, bei der täglichen technischen Analyse, lese ich ja, sage ich mal, nicht so viele Artikel, die so in der Welt rumkursieren. Aber natürlich, ich sehe immer wieder Überschriften von Artikeln. Und ich habe jetzt, ja, relativ oft gehört, wir werden bald den großen Crash im US-Markt bekommen und so weiter und so fort. Wo ich mir immer sage, warum schreiben die Leute sowas? Ja, weil wir haben jetzt wirklich schöne, stabile Aufwärtstrends in den USA. Warum kommt dann plötzlich der Gedanke auf, ich muss jetzt mal was schreiben, hier kommt ein Crash? Ich merke das auch in den Coachings, die ich mache, mit den Teilnehmern, die ich da entsprechend auch, das kommt in den Köpfen auch an. Und dann plötzlich ist einfach eine Angst da. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Diese Situation, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier einen schönen, stabilen Markt oder einen aufwärtslaufenden Markt und, oh Gott, der muss doch bald mal zusammenbrechen. Warum muss ein Markt zusammenbrechen? Also erstmal sage ich immer, der Markt, der muss überhaupt nichts, ja, das ist das eine. Das andere ist ja die Tatsache, was, wie sagen wir mal so, so ein Crash, natürlich ein Crash oder ein starker Rückgang an den Aktienmärkten, der kann jederzeit einkommen oder eintreffen durch exogene Faktoren, die ganz, ganz, ganz schlimm sind. Ich weiß nicht, Kriege, politische Unruhen, was weiß ich, ich will mir da nicht so viele Gedanken drüber machen. Das kann natürlich immer kommen und das kann natürlich die Märkte nach unten schieben und das trifft dann alle auch total unvorbereitet. Das ist mal das eine. Das andere allerdings ist die Tatsache, wenn so ein starker Rückgang an den Märkten kommen kann, das heißt, wenn die große Host, die wir jetzt seit 2008 auch an den US-Aktienmärkten am Laufen haben, wenn wir uns das ganze Bild mal angucken, hier auf Wochenbasis beispielsweise hier im US-30, das ist einfach der Markt, der läuft hier und läuft und läuft und läuft wie am Schnürchen quasi nach oben gezogen. Das sind halt Situationen, wo man sich einfach sagen kann, das kommt ja nicht von irgendwoher an dieser Stelle, sondern solche starken Aufwärtstrends, solche starken Dynamiken, die kommen ja auch auf Grundlage gewisser wirtschaftlicher Rahmendaten zustande. Und da frage ich mich jetzt an dieser Stelle ganz, ganz im Ernst, wo sollten jetzt plötzlich ein riesengroßer Crash auf Grundlage von wirtschaftlichen Rahmendaten herkommen. Ich lese da zum Beispiel die Zinsen. Die Zinsen sind jetzt schon so hoch, da muss es doch bald mal crashen, weil die Zinsen machen den Aktienmarkt, ja, sag ich mal so, wie sagt man, uninteressant für die Anleger, weil sie an der Zinsseite risikolos mehr Geld verdienen können. Ich habe halt in meiner Erfahrung oder in meiner Zeit, wo ich an den Märkten bin, schon oft gesehen, wann es denn zu Crashs kommt durch Zinsen. Und in letzten Malen war es halt so gewesen, dass wir halt davor beispielsweise eine inverse Zinskurve hatten. Invers bedeutet, dass der kurzfristige Zins höher ist als der langfristige Zins im Zehnjahresbereich, wo ich mir sage, okay, der Zehnjahresbereich bei den US-Renditen ist wieder bei 3% angekommen. So what? Wenn wir mal schauen, was wir im kurzfristigen Bereich haben, da stehen wir gerade, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, bei 1,75. Das ist für mich nicht inverse. Das ist für mich eine Situation, wo es im kurzfristigen Bereich immer noch weniger Zinsen gibt, als im langfristigen Bereich. Und wenn man da im kurzfristigen Bereich einfacher mal sieht, was ich an Rendite am Aktienmarkt machen kann, da sehe ich jetzt persönlich, das ist meine eigene Meinung, jetzt nicht die große Gefahr, dass wir eine Zinsstruktur haben, die plötzlich einen Zusammenbruch des Aktienmarktes geben kann. Das ist das eine. Das zweite ist die Wirtschaft an sich. Die Wirtschaft in den USA läuft ja gut. Das heißt, diese Host, die wir hier haben, die wird halt momentan auch daraus genähert, dass wir gute Rahmendaten wirtschaftlicher Seite in den USA haben. Wir haben jetzt hier die Situation, dass wir sehr, sehr gute Beschäftigung in den USA haben. Wir haben die Situation, dass der Herr Trump, man kann ihn mögen oder nicht, nur wenn man mal aus wirtschaftlicher Brille das Ganze sieht, mit den Steuerreformen, die er angebracht hat, haben wir hier auch die Situation, dass wir auch, sagen wir mal so, für viele Unternehmen eine steuerliche Situation haben, die schon interessant ist. Wir haben steigende Löhne in den USA. Das bringt dann bei großer Beschäftigung die Leute dazu, mehr Geld in der Tasche zu haben, was sie dann ausgeben können. Das heißt, das stützt dann auch entsprechend den Konsum. Und zwar kann man an dieser Stelle sagen, dass die steigenden Löhne sich auf die Margen der Unternehmen auswirken können. Das kann natürlich sein, nur wenn wir die Situation haben, dass durch die steigenden Löhne auch mehr Menschen mehr Geld haben und diese mehr Menschen mehr Geld ausgeben, dann kann halt auch dieser Margenrückgang, die Gewinnrückgang ausgleichen durch einen Mehrverkauf. Das heißt, die Sales können ja auch steigen. Und wenn jetzt sozusagen die Marge relativ stabil bleibt oder das Wachstum nicht mehr ganz so groß ist in den Margen, haben wir ja trotzdem noch ein Wachstum. Und wenn dann mehr verkauft wird, kann das ja auch weiterhin dazu führen, dass wir steigende Gewinne haben. Das heißt, wir haben schon auch viele Argumente hier auf der Uhr, wo man sagen kann, okay, wir sind jetzt hier in einer Situation, wo der Markt einfach durch die guten wirtschaftlichen Rahmen dann auch gestützt wird. Und wenn man das mal sieht, aus Sicht der Trends, ist es ja auch faktisch so, dass wir Stärke von Stärke gefüttert wird. Das heißt, ich sage immer, Stärke gebiert Stärke. Ein starker Markt bleibt in aller Regel auch stark, bis irgendwelche Faktoren eintreffen, die diesen Markt nicht mehr stark erscheinen lassen. Und von der Seite her sage ich, ich sehe jetzt hier diese Situation noch nicht, dass wir hier vor einem riesengroßen Crash am Markt stehen. Und mit diesem Blickpunkt würde ich gerne auch mal in die Märkte hier heute reinschauen, weil wir haben die Situation, im Sommer ist es ja häufig so, dass an vielen, vielen Aktienmärkten so ein bisschen Flaute herrscht, so ein bisschen korrigiert wird. Und wir haben diese Korrektur auch gesehen. Also wenn wir uns das Ganze, bevor wir hier mal in die Chartanalyse für die großen Indizes reingehen, schauen wir mal auf den DAX beispielsweise. Hier, wir haben im DAX, ich mache das mal kurz etwas größer, wenn wir uns mal den August beispielsweise auch anschauen, wir haben hier im August einen Rückgang gehabt. Also wir haben jetzt hier schon im August, im Juli, diesen Sommermonaten hin gegenüber, haben wir schon einen Rückgang gehabt. Wenn wir uns das Ganze mal beispielsweise, gut im Eurostock 50 sehen wir das Ganze auch, wir haben hier über den Sommer her einen Rückgang gehabt. Wir haben einen schönen starken Anstieg gehabt, jetzt haben wir hier Korrektur gehabt. Wir haben das Ganze gesehen, jetzt schauen wir mal hier kurz in die anderen Märkte rein. Hier, wir haben hier definitiv im asiatischen Bereich Kursrückgänge. Das Ganze können wir uns auch mal im Japan anschauen. Wir hatten hier etwas an Kursrückgängen auch in diesem Bereich. Also so ein bisschen korrektives Verhalten hatten wir bei vielen Märkten über den Sommer hinweg auch da. Nur in den USA hat das bis dato nicht stattgefunden. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir so massiv starke Märkte haben. Aber das ist halt der Punkt, wo man einfach sagen kann oder sagen muss, wir haben dort einen starken Markt. Und ich persönlich bin auch für die Zukunft sehr, sehr positiv gestimmt an dieser Stelle. Diesen Index hatten wir hier, den japanischen Index hatten wir diese Woche auch schon mal besprochen. Also ich bin in dieser Richtung durchaus positiv gestimmt, dass wir im Herbst hinein doch schöne steigende Kurse sehen können, weil wir gewisse Rahmendaten haben, die sie einfach positiv entwickeln. Ich sage nur Handelsabkommen in den USA, jetzt mit Mexiko und Kanada ist wahrscheinlich auch noch mit dabei. Mal gucken, was mit China wird. Vielleicht gibt es mit China ja auch irgendwann eine Einigung. Das sind so Dinge, die können die Märkte sehr, sehr, sehr stark bewegen. Das heißt, jetzt komme ich noch mal auf den US-Markt hier an dieser Stelle zurück. Also wenn wir uns die Indizes in den USA mal ankommen, die sind schon durchgelaufen, relativ stark an dieser Stelle jetzt. Also das heißt, es kann hier im Sinne dieses bestehenden Aufwärtstrends, kann es jetzt schon mal passieren, dass wir einen Rücksetzer bekommen. Kein Bärenmarkt, aber einen stärkeren Rücksetzer, den kann ich ja schon erwarten. Ob der jetzt einfach erst mal hier durchläuft, der DAO beispielsweise bis zum alten Hoch und dann einen Rücksetzer macht oder vorher der Rücksetzer kommt, ich habe da keine Ahnung. Aber wir sehen hier, wir gucken uns das Ganze gleich mal noch auf Tagesbasis an, wir sehen im DAO hier ganz, ganz eindeutig schön weiterhin die Aufwärtsdynamik. Wir hatten ja mal diesen Rutsch nach unten und danach ist der Markt direkt wieder nach oben durchgestattet und läuft jetzt schön auch sauber nach oben hin weiter. Wir haben jetzt hier die Aufwärtsdynamik da, die ganzen Vorhochs, die Korrekturhochs sind alle rausgenommen worden und der Markt hält sich hier stabil drüber und das gesunde Verhalten, was wir jetzt hier sehen, so ein bisschen korrektives Verhalten hier oben an dieser Stelle, das ist auch gesund, das ist völlig normal und das ist das Verhalten, was jetzt auch da ist. Das heißt, hier in diesem Markt sehe ich ganz einfach positive Tendenzen. Wir haben hier drüben auch im mittelfristigen Bereich, wenn wir uns das mal anschauen, hier einige Hochs liegen, wo, wenn das Ganze hier weiter überschritten wird, wo wir die nächsten Anlaufpunkte auf Tagesbasis haben, bevor wir dann hier oben das Hoch an dieser Stelle im Bereich von, warten Sie, wir gucken mal hier oben drauf, von 26.000, ich sage mal über den Daumen, gehen wir mal auf 26.800 Punkte hier oben ran. Das sind mal so die Marken, die wir nach oben stehen haben, also weiter positive Dynamik hier an dieser Stelle. Sie sehen ja, die Kerze von gestern, die ging mal so ein Stück weit runter. Das ist ein völlig normales Verhalten nach diesen starken Kursschüben, die wir hier nach oben hatten. Also hier im US 30 schöne, stabile Aufwärtsbewegung, wenn wir uns mal das Ganze auch vielleicht mit gleitenden Durchschnitten anschauen, hier mal, hups, das war das falsche, kleinen Augenblick, abbrechen, wir wollten ja gleitende Durchschnitte haben. Jetzt muss ich es nur mal suchen. Jetzt habe ich gerade einen Blickfehler, kleinen Augenblick. So, nehmen wir mal das. Ich dachte, ich hatte den oben auch drinnen. Ich habe gerade einen Sehfehler. Okay, lasse ich jetzt. Tut mir leid, bevor ich hier Ewigkeit in der Technik rumsuche. Ich habe gerade das Fenster nicht gesehen. Die Moving Errorages, normalerweise sind sie hier drinnen. Ah, hier, da ist er. So, zack, gut. Also, wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier, 200er Tagesdurchschnitt, sind wir natürlich weit, weit, weit drüber, schön oben rangegangen. Nehmen wir uns mal noch ein wenig kleinere mit rein. Jetzt haben wir nämlich den kleinen da oben drinnen. So, nehmen wir mal noch den 50er mit rein. Für das mittelfristige. Den sollte ich mal an der Farbe geben, damit das unterscheiden können. Machen wir den mal blau an dieser Stelle und dann noch den kurzfristigen, den 20er. Den lege ich auch mal noch mit rein. Man kann ja auch sagen, Sie als Trader können halt entscheiden, ob Sie jetzt beispielsweise bei den gleitenden Durchschnitten die einfachen nehmen, die exponentiellen, die geglätteten oder die linear gewichteten. Was Sie nutzen, ist eigentlich relativ egal, weil es berechnet sich auf den gleichen Chart. Die Berechnungsweisen sind ein kleines bisschen anders hier an dieser Stelle. Wichtig ist halt, dass Sie damit sehen können, wie sich die Trends entsprechend hier entwickeln. Und wir sehen jetzt hier halt wirklich einen Markt, der sehr, sehr schön nach oben läuft. Alle Durchschnitte laufen nach oben. Ist ja logisch auch bei dem entsprechenden Chart und das ist schon ein sehr, sehr positives Signal. Aus Sicht dieses Trendverlaufes, den wir hier hatten, können wir ohne weiteres auch bis hier unten reinlaufen, bis auf die knapp 25.600 Punkte als Korrektur. Was wir hier in diesem Rahmen sehen können, das würde diesen Schub hier auch überhaupt nicht kaputt machen. Aber Sie sehen, die Dynamik ist hier definitiv auch mit nach oben gerechnet oder gerichtet. Und damit gehen wir hier mal in den S&P 500 rein. Der S&P 500 hat es mittlerweile auch geschafft, wieder zurückzukehren nach diesem ganz starken Bruch nach unten hier über das Hoch, was wir hier im Jahresverlauf schon gesehen hatten. Das war gewesen, ja Anfang 2018 war das gewesen. Da hatten wir hier oben dieses Hoch bei knapp 28.000, äh 6, entschuldigen Sie, 2.880 Punkten. Ähm, jetzt stehen wir hier schon bei 2.900, ähm, was hatten wir hier oben eben hoch? Wir gucken mal ganz kurz nach. Das Hoch, was wir hier hatten, waren gewesen, das Hoch, 2.916 war das Maximum, was wir hier hatten. Ähm, es ist hier nicht auszuschließen, dass wir die schöne Tendenz haben und auch diese magische Position hier oben mal anschauen bei 3.000 Punkten, dass man das psychologisch mal antestet. Ähm, das heißt, wir haben hier diesen starken Schub nach oben. Wir sehen auch hier im August nichts irgendwie an Korrektur, Tendenz. Ähm, es kann ohne weiteres auch dazu kommen, dass der Markt mal runter geht und korrigiert hier. Gerne wird halt auch dieses Ausbruchslevel, ähm, entsprechend im Markt auch mal angetestet. Aber im großen gesamten Bild sehen wir hier auch schön stabil nach oben laufen. In der Märkte. Ähm, und das ist halt doch interessant, was wir hier sehen. Also diese große Stärke in diesem Markt ist auch weiterhin vorhanden. Ähm, und wir werden sehen, wie es hier reingeht. Wie schon gesagt, jetzt sind wir hier, ähm, in diesem Bereich um die 2.900 Punkte Marke. Ähm, psychologisch wäre es jetzt gut, diese Marke zu verteidigen und dann den Weg vielleicht auf die 3.000 Punkte Marke zu gehen nach oben. Das ist jetzt reine Fiktion da oben, weil wir sind an Allzeithochs. Wir wissen nicht genau, wann der Markt jetzt so eine Korrektur einsetzt. Die Bewegung ist weit in ihrer Bewegung. Das sehen Sie auch. Das heißt, es wird hier irgendwann auch immer wahrscheinlicher, dass eine Korrektur entsprechend auch einsetzt. Wie schon gesagt, erster Rücksatzpunkt wäre dann mal das Ausbruchslevel. Ähm, das haben wir hier bei 2.876 Punkten. Es wäre auch denkbar, dass wir dann entsprechend tiefer runter laufen. Wir hatten hier das letzte Trend Tief, das aktuelle Trend Tief, liegt hier bei der Marke von ungefähr 2.800 Punkten. Also wir haben jetzt hier mal roundabout etwas an Möglichkeit, nach unten zu korrigieren an dieser Stelle. Positiv ist der Markt aber auf alle Fälle. Das heißt hier, lange Bewegung jetzt gewesen. Also ich persönlich bin jetzt nicht euphorisch, wo ich gleich wieder volle Pulle reinstechen würde, sobald ich hier das erste Umkehrsignal bekomme. Ich muss jetzt erst mal sehen, wie das weiterläuft. Aber nach oben hin, Sie sehen es, der Markt auch herrlich, hervorragend nach oben gelaufen. Und das gleiche Bild sehen wir hier absolut im Tech, im US-Tech, das heißt der Nasdaq 100 hier an dieser Stelle, auch wirklich hervorragend schön nach oben gelaufen. Sie sehen auch hier ist die Volatilität etwas größer, als in den S&P 500 und im Dow, was wir haben. Da gibt es doch schon immer mal etwas stärkere Rücksätze, aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns dieses trendtechnische Bild hier mal anschauen, wir haben sehr, sehr schön laufend hier einen Aufwärtstrend, der immer mal auch ein bisschen korrigieren kann, mit Bewegungen und Korrektoren, diese schön abwechseln, völlig normal. Aber der Markt läuft hier einfach hoch. Warum läuft er hoch? Weil auch die jetzige, die letzte also abgelaufene Quartalsbilanz, die wir hier hatten, oder Quartalsaison, die hat sehr, sehr schöne Bilanzen auch aufgezeigt. Und diese Bilanzen nähren das Ganze halt und bringen uns hin in die Situation, dass der Markt schön weiter nach oben steigt. Und jetzt bin ich hier gleich fertig mit dem Malen oder Nachzeichen dieses Trends. Und Sie sehen auch hier ein Bild, wo wir sehr, sehr stark nach oben laufen. Wir sind hier weit, weit in der Bewegung. Und auch hier kann es mal dazu kommen, dass wir Rücksetzer sehen. Wäre gesund nochmal, aber das große, übergeordnete Bild ist alles angerichtet für eine schöne weitere Fortsetzung dieses Aufwärtstrends. Wir werden sehen, wie weit das Ganze noch geht. Aber auch hier ist das Ganze für mich sehr, sehr positiv zu betrachten. Und mit diesen positiven Betrachtungen aus dem US-Markt würde ich gerne in den deutschen Markt mal rüber wechseln, dass wir uns hier mal die Situation auch etwas mit anschauen. Und Sie sehen selbst hier mit den gleitenden Durchschnitten und mit dem Chartbild an dieser Stelle, es sieht hier bei uns in Deutschland doch ein klein wenig anders aus als in den USA. Wir haben hier in den letzten, ja, knapp zwei Handelswochen schön dynamische Anstiege gehabt, aber momentan ist es so, wir laufen hier einfach in die Korrektur des Ganzen rein. Wir sind komplett unten drunter, das heißt, wir sind unter dem 200-Durchschnitt und unter dem 50er und auch unter dem 20er-Durchschnitt notiert der Markt jetzt hier an dieser Stelle im Tagesschat. Das heißt, dieses Bild hier sieht noch ein bisschen anders aus. Wir sehen hier eine Situation, die eher doch nach unten momentan noch gerichtet ist. Das heißt, hier unten, schauen Sie, haben wir einen Unterstützungsbereich, den mache ich gleich mal grün, damit wir hier auf keinen Fall falsche visuelle Signale bekommen. Grün ist ja der Support, den wir hier sehr, sehr gerne mit benutzen. und das wäre dann mal hier diese Marke um 12.100 hier in diesem Bereich, 12.100 dieser, dieser, diese 150 haben wir hier an dieser Stelle. Das, da, da kann es halt hingehen. Wir haben jetzt hier, Sie sehen es auch selbst, diesen bestehenden Abwärtstrend, der ist weit in seine Korrektur gelaufen, hat jetzt hier oben rumgedreht und schiebt nach unten. Das heißt, rein von der Trendgeschichte her ist dieser Markt hier definitiv abwärts gerichtet. Man braucht halt dann erst einmal eine Umkehr, das heißt, bis wir hier wieder etwas positiveres Terrain sehen werden, ist es für mich an dieser Stelle halt doch interessant zu sehen, was der Markt hier macht. Was ich da sehen möchte, dass ich das Ganze wieder etwas positiver sehe, ist, dass diese Korrektur, die wir jetzt nach unten haben, irgendwann endet, optimalerweise vor diesem Punkt, dass es hier keine neuen Tiefpunkte gibt und danach rumdreht und nach oben läuft und hier oben über diese Marke läuft. Das heißt, wenn wir hier oben drüber laufen, dann haben wir erst einmal untergeordnet wieder einen Aufwärtstrend am Laufen, der uns dann Stück für Stück über diese Hochsier bringen kann. Wir sind dann wieder über diesen kurzfristigen und mittelfristigen gleitenden Durchschnitt und ich sage mal, der nächste Anlaufpunkt wäre dann schön hier diese Marke der 200er Tagelinie, den wir hier haben. Was haben wir bei knapp 12.700 Punkte ist diese Marke. Das wäre dann interessant, aber momentan sind wir noch nicht so weit. Da sehen wir eher nach unten hin diesen Schub und das ist jetzt die Bewegung, die wir sehen. Das heißt, dieser Markt läuft sehr schön trendig auch nach unten. Das sehen wir auch in der Stunde. Wir sehen hier sehr schön diesen nach unten laufenden Abwärtstrend und das ist das, was wir hier an dieser Stelle auch sehen. Man muss damit auch ein bisschen mit dem Hinterkopf haben. Wir haben jetzt sozusagen Wochenende. In den USA wird am Montag nicht gehandelt. Das kann auch die ein oder anderen Anleger dazu bringen, mal noch bestehende Long-Positionen zu drehen und den Druck etwas nach unten mitzubringen. Das wird sich zeigen, wie es dann wird. Wie schon gesagt, auf alle Fälle hier in Deutschland das Bild auf alle Fälle noch eher abwärtsgerecht. Also Aufwärtstendenzen sehe ich hier persönlich überhaupt nicht an keinster Stelle hier an dieser Weise. Gut, damit vom deutschen Index gucken wir uns mal den japanischen Index an. Den haben wir ja diese Woche auch schon mal besprochen. Das Bild hier sieht ganz anders aus als bei uns in Deutschland. Wir haben die Situation, dass wir hier schon schön nach oben gelaufen sind und der Markt sich jetzt hier korrektiv über allen Indizes beziehungsweise über all diesen gleitenden Durchschnitten befindet. Und hier oben diese Marke hier, das hatte ich ja diese Woche schon mal besprochen. Das ist jetzt ein interessantes Level, weil wenn wir hier oben drüber rausschieben, dann schieben wir auch den Wochenchart nach oben. Das heißt, da haben wir im großen Bild im Wochenchart das Ganze auch mit stehen. Ich muss mal ganz kurz klicken. Ich glaube, diesen Index habe ich noch hier in diesem Chart, was wir da diese Woche schon mal besprochen hatten. Ja, genau sehen Sie. Das ist mal die Situation, die ich glaube Montag oder Dienstag war es gewesen, wo ich das Ganze besprochen hatte. Habe ich hier diesen großen Aufwärtstrend eingezeichnet, also entstehenden Aufwärtstrend. Der ist jetzt hier noch nicht entstanden. Diese Level, diese Marke von 23.000 Punkten ist ein wichtiger Bereich hier in diesen Marken. Der muss erst einmal unterschritten werden. Und dieser Markt ist halt, oder diese Marke ist gar nicht so einfach zu knacken. Das sehen wir auch hier anhand dieser Bewegung, die wir hier um diese 23.000 Punkte Marke im Nikkei haben. Und das ist das, was wir auch im Darkest Chart sehen. Und Sie sehen halt auch hier, was so ein bisschen meine Erwartung war, dass wir hier vor diesem großen Level hier oben etwas noch mal pausieren. Der Markt noch mal durchatmet, ein Stück nach unten löft, dann Kraft sammelt und dann das ganze Ding hier nach oben schiebt und diesen untergeordneten Trend, hier diesen Bewegung, Korrektur, weite Bewegung, dass wir jetzt hier die Korrektur sind und aus der Umkehr dieser Korrektur dann den Angriff auf die 23.000 Punkte Marke wagen und mit ein bisschen, ja, guter Markt, Lage, Marktverfassung, das Ganze auch nach oben schieben. Und dann haben wir hier diese Anlaufpunkte halt nach oben hin zum Allzeithoch vor uns liegen. Und wenn die wirtschaftliche Lage gut bleibt, dann haben wir hier wirklich auch schöne Situationen, die wir nach oben in diesem Markt zum Traden auch mit nutzen können. Ja, das heißt hier an dieser Stelle der Nikkei wirklich schön hier oben ran gelaufen. Jetzt so ein bisschen die letzten Tage etwas Korrektur gesehen und das ist das, was ich erwarte, dass wir hier diesen Aufwärtstrend, der hier jetzt auch gebildet ist, schön nach der Korrektur nach oben fortsetzen. Also auch hier das Bild für mich eher long, auch wenn es hier oben noch ein bisschen so seitwärts ausschaut, aber die Dynamik ist nach oben hin auf alle Fälle da. Sie sehen, wir haben hier diesen kleinen, kleinen Aufwärtstrend, das ist wirklich ganz, ganz klein, rudimentär. Man kann das auch als erste Bewegung sehen, wenn man das ganze Bild etwas größer zieht, dann mag man hier das, was wir in der Woche sehen, auch hier im Tagesschat lesen. Wir hatten die erste initiale Bewegung, dann hatten wir jetzt hier die Korrektur und sind hier so ein ganz, ganz kleines bisschen mal gelupft über dieses Hoch drüber. Das heißt, rein technisch ist hier jetzt ein Aufwärtstrend. Da rein technisch, weil wir halt hier oben drüber gelupft sind, das ist noch keine massive Bestätigung. Das heißt, ich würde jetzt hier sagen, nicht brutal long, jetzt einfach blind rein, sondern wenn wir hier eine Umkehr sehen, die nach oben läuft, das wäre dann interessant, weil halt auch dieser Markt hier, dieser Schub hier, hat halt die Dynamik nach oben auch gezeigt und das ist das Interessante hier für den japanischen Markt und dann würde ich gerne mal noch in den WTI an dieser Stelle mit hineingehen, den Ölpreis, den haben wir ja auch schon sehr, sehr häufig besprochen. Jetzt nehme ich hier ganz kurz mal die Indikatoren raus, die brauche ich jetzt hier an dieser Stelle nicht, die stören nur so ein bisschen mein Bild hier an dieser Stelle. Was hat der Ölmarkt hier? Im großen Bild läuft der Ölmarkt natürlich weiter schön nach oben. Sie sehen es, wir haben jetzt hier einen Trend, der schön nach oben läuft mit Untertrends hier an dieser Stelle. Im großen und gesamten Bild sind wir jetzt hier an einer Stelle, wo dieser Schub, dieser nach unten, wir hatten ja hier das letzte Korrektur hoch, das war hier oben dieser Bereich, das mache ich mal eben rot, dass wir es auch als ja hoch im Abwärtstrend mit erkennen und Sie sehen, das ist der Bereich, wo wir momentan aktuell auch so ein bisschen ranlaufen. Das heißt, hier an dieser Stelle wird es sehr, sehr spannend. Was macht das Ganze so spannend? Sie sehen hier diese untergeordnete Bewegungstrend. Das ist ein schöner Abwärtstrend, der ist jetzt gebrochen worden durch eine starke Aufwärtsdynamik. Wir haben auch positive Nachrichten vom Ölmarkt bekommen. Die US-Rohöllagerbestände diese Woche, die sind mehr zurückgegangen, als das in den Erwartungen lag. Das war positiv. Momentan hält sich der Markt so ein bisschen hier oben und Sie sehen, die US-Marke, oder die Marke von um die 70 Dollar, die sind hier irgendwo im Bereich 70, 71, wo der Markt so ein bisschen ins Halten kommt, nicht so richtig dynamisch drüber raus. Wir hatten den WTI im Laufe der Woche ja auch schon mal besprochen. Es kommt jetzt halt darauf an, was hier an dieser Stelle entsprechend auch passiert. Gibt es exogene Preistreiber, dass plötzlich das Angebot verknappt wird oder entsprechend die Nachfrage stärker erhöht wird? Das sind Punkte, die kommen jetzt hier in Betracht. Wenn alles gleich bleibt, so wie es jetzt ist, bin ich mir nicht sicher, ob wir jetzt einfach so hier drüber rausschieben und wieder diesen starken Aufwärtstrend nach oben abnehmen oder ob wir hier noch einmal ein bisschen Korrektur bekommen und dann so ein bisschen weit nach oben laufen. Wir haben ja diese Wirtschaftssystematik, die wir gerade haben, die habe ich ja schon besprochen. Wir haben in den USA mittlerweile eine Inflation, die bei der 2%-Marke ist beziehungsweise dort sukzessive wahrscheinlich auch ansteigen wird. Wir sind jetzt hier in Europa wieder bei einer Preissteigerung von 2%. Das wird teilweise auch durch steigende Rohstoffpreise auch unterfüttert. Und hier muss man jetzt schauen, das Level ist nicht umsonst ein Widerstandslevel, was hier an dieser Stelle erwartbar ist, dass wir hier erst einmal nach diesem starken Anstieg auch hier einen kurzen Rücksetzer bekommen. Wenn dieser Rücksetzer hier entsprechend weiter nach unten läuft, könnte das die Bestätigung des Trends sein. Das heißt, dass wir den Markt nach unten haben. Wir haben hier viel, viel Luft nach unten. Wenn wir allerdings früher wieder rumdrehen, dann könnte hier ein kleiner Aufwärtstrend entstehen, der dieses hoch entsprechend rausnimmt. Aber das große übergeordnete Bild, wenn wir uns einfach mal den Trend anschauen und hier die Markttechnik mit in Bezug nehmen, dann haben wir momentan einen bestehenden Abwärtstrend. Hier im Kleinen, das ist der aktuelle Trend, das übergeordnete Bild ist hier lang, aber dieser Trend ist nun mal abwärts gerichtet. Das heißt, die Bewegung ist hier tief korrigiert worden, aber wir haben diesen Trend halt einfach noch da. Und solange dieser Trend nicht gebrochen ist, ist jetzt noch nicht so die Situation gegeben, dass wir hier massiv stark nach oben laufen. Das ist hier die Gedanken, die ich in diese Richtung entsprechend auch habe. Das heißt, hier muss man schauen, was jetzt hier passiert. Wenn die Stunde beispielsweise wieder nach unten dreht, dann wäre das für mich mal hier ein interessantes Merkmal. Das heißt, was wir hier haben, ist ja der letzte Schub der Stunde. Wir hatten hier Bewegung, wir hatten Korrektur, wir hatten Bewegung. Jetzt könnte sich eventuell hier ein Abwärtstrend bilden. Das ist reine Mutmaßung. Interessant wird es für mich dann, wenn wir hier unter dieses Level drunter laufen, weil dann wäre das die Situation, dass dieser Aufwärtstrend hier zumindest mal diese Bewegungstrend gebrochen wurde und das könnte dann Dynamik etwas nach unten bringen. Im gesamten Bild ist der Ölpreis halt hier momentan irgendwo so ein bisschen um diese Range gefangen und die Dynamik ist momentan eher von oben nach unten. Also hier bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich möchte erst mal sehen, dass diese Situation hier aufgelöst wird und wenn wir diese Auflösung haben, dann können wir uns wirklich richtig gut und ordentlich wieder positionieren und hier auch nämlich mal an die ein oder andere schöne Trade-Gelegenheit auch mitfinden. So, das zur großen Analyse von wichtigen Märkten. Ich gucke jetzt noch mal eben in den Chat hier auf Facebook hinein. sehe keine weiteren Fragen hier an dieser Stelle. Dann bleibt mir an diesem Punkt nur eines. Ich möchte Ihnen einen erst mal erfolgreichen Handelstag am Freitag wünschen und dann wünsche ich Ihnen natürlich ein tolles und erholsames Wochenende, dass wir dann in der nächsten Woche gemeinsam hier wieder durchstarten können, die Märkte zu analysieren, interessante Trading-Ideen zu finden, die dann auch in den Portfolios umsetzbar sind. als das dann wieder nächste Woche. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Hat mir wieder viel Spaß gemacht hier direkt nach dem Urlaub wieder bei Ihnen zu sein und ja, sag mal für heute und diese Woche. Tschüss, bis nächste Woche. Ihr Mike Seidel hat mir was du